Ho, ho, ho! Frohe Weihnachten, liebe Appgefahren und Hublog-Leser! Heute haben wir was richtig krasses für euch und zwar zwei XXL-Pakete. Eines von Klicklicht, euer Lichtstudio aus Recklinghausen mit dem Online-Shop angebunden an ganz Deutschland und ein Paket von unserem liebsten Hersteller von Philips Hue aus der Signify Zentrale in Hamburg. Und was da alles drin steckt, das verrate ich euch jetzt. Und wie ihr eines dieser beiden Pakete gewinnen könnt, das verrate ich euch am Ende des Videos. Wir schauen einfach mal in das erste Paket rein. Wow, das ist richtig groß. Und wie gesagt, alles was hier drin ist, gewinnt einer von euch. Es geht los, ich packe das mal hier auch gleich aus, mit einem Hue Play Lightbar Starter Set, das heißt inklusive Netzteil, und zwei Lightbars. Dann haben wir hier eine Philips Hue Cygne Tischleuchte. Weiter geht es mit zwei E27 Farbigen. Dann haben wir zwei White Ambience E14. Dann haben wir einen Dimmschalter. Dann gibt es, falls benötigt, sage ich extra zu, falls benötigt, auch eine Hue Bridge. Dann eine Giant Filament in der Globe Form. Dann eine Giant Filament in der Edison Form. Wow, das wird groß. Dann noch eine Giant Filament. Ja, zwei sehen schöner aus. Wir haben einen Lightstrip V4. Wir haben noch einen Lightstrip V4. Ja, auch hier zwei ist cooler als einer. Wir haben zwei GU10 White. Wir haben noch einen Dimmschalter. Wo kommt der denn hin? Ups, hier. Wir haben natürlich auch einen Bewegungsmelder. Zack. Wir haben nochmal eine Giant Edison. Wir haben eine Hue Go. Wow, wow, wow. Eine Hue Go. So. Nein! Die Bridge. Okay, kommt hier. Wir haben hier hin. Wir haben hier nochmal extra verpackt. Zwei Smart Plugs. Wo stellen wir die denn hin? So. Und last but not least noch eine neue Iris. Also ihr seht schon, das ist ein richtig fetter Gewinn. Ich muss es irgendwie so machen. Zack. Zack, zack, zack. Ein richtig fetter Gewinn. Warenwert liegt hier so roundabout 1000 Euro. Und das war mir aber nicht genug. Ich habe gesagt, hey, wir brauchen irgendwie noch was Cooles, weil ich das sage. Und daraufhin hat mir Philips Hue noch ein kleines Outdoor-Paket geschickt. Und auch dieses ist für einen Gewinner. Also einen zweiten. Das ist ein Gewinn. Und das ist der zweite Gewinn. Der zweite Gewinn besteht aus einem... Ups, ist schon offen. Einem Outdoor-Lightstrip 5 Meter. Alter, ich habe so einen kleinen Tisch. Ich muss mal kurz umräumen. Also hier, wie gesagt, der erste Gewinn. Klicklicht. Vielen, vielen lieben Dank. Der zweite Gewinn von Signify. Philips Hue ebenfalls. Ein großes Dankeschön. Einen zweiten Outdoor-Lightstrip 5 Meter. Dann haben wir eine Color mit Netzteil. Und noch eine Color mit Netzteil. Und dann haben wir eine Hue-Outdoor-Lightstrip 5 Meter. Und eine Hue-Lightstrip 5 Meter mit Netzteil. Und eine Hue-Lightstrip 6 Meter als Extension. Und eine Hue-Lightstrip 6 Meter. So, nein. Zu gefährlich. So. Und ich gucke mal hier. Ups. Natürlich auch noch einen Outdoor-Bewegungsmelder. Jetzt weiß ich nicht, wo da hinten die Bridge ist. Ich habe eine Bridge. Im besten Fall braucht keiner eine. Dann habe ich eine weitere für zu Hause. Ich frage das ab, wer die braucht. Der bekommt sie. Also wenn der Outdoor-Gewinner die Bridge noch braucht, dann kriegt der auch eine Bridge. Wenn beide die Bridge besorgen, dann... Ach, hier ist die. Ja. Dann bestelle ich einfach noch eine hinterher. Das war jetzt irgendwie, ja, gerade nicht so verfügbar. Auf jeden Fall. Boah. Zwei fette Gewinne. Und ich freue mich, wenn ihr mitmacht. Wenn ihr euch die Chance sichert. Das Ganze läuft bis zum 26. um 23.59 Uhr. Da gibt es ein Formular, das verlinke ich in der Videobeschreibung. Nein. Ich belohne die Leute, die bis jetzt zugeguckt haben. Der Link zum Gewinnspielformular, den blende ich jetzt hier oder hier oder hier irgendwo ein. Ihr klickt einfach drauf oder tippt das ab. Und dann kann es losgehen. Ich wünsche euch viel Erfolg. Ich finde es wirklich zwei geile Pakete. Warenwert über 1000 Euro. Hier könnt ihr euch im Garten austoben. Euch da richtig was einfallen lassen. Und hier habt ihr alles, was man so plug and play irgendwo reinschrauben kann. Irgendwo einstöpseln kann. Ich wollte keine Deckenleuchte nehmen, die man irgendwie verkabeln muss. Ihr könnt alles ganz einfach installieren. Und ich finde es mega, dass wir zu Weihnachten hier sowas machen können. In diesem Sinne auch nochmal ein Dankeschön an mittlerweile rund 200.000 Nutzer im Monat, die auf meinem Blog vorbeischauen. Es macht mir einfach immer noch so viel Spaß, wie am ersten Tag Sachen für euch herauszufinden, euch Sachen zu erklären, euch Angebote mitzuteilen. Und umso schöner ist es, dass ich zusammen mit App gefahren quasi das als Job mache, dass ich mein Geld verdienen kann damit, dass ich meine Familie ernähren kann. Wirklich tolle Geschichte. Plus, dass ich auch so Möglichkeiten habe, wie jetzt euch was Zeug zu geben. Ich könnte mir dieses ganze Zeug auch bei mir zu Hause hinstellen. Aber ich will einfach jemanden von euch oder zwei von euch richtig, richtig glücklich machen. In diesem Sinne wünsche ich euch ein frohes Fest. Ganz wichtig, bleibt gesund. Passt auf euch auf. Reduziert eure Kontakte. Mischt jetzt nicht an Weihnachten die Familien durch. Geht an einem Tag dahin und an einem Tag dahin. Dann sucht euch eure zwei, drei liebsten Personen und feiert das Fest zusammen, sodass wir uns nächstes Jahr gesund weitersehen, wiedersehen. Im Januar geht es schon Schlag auf Schlag weiter mit einigen Hue-Neuerscheinungen. Da kommt auch noch was, was ihr bis jetzt noch nicht wisst. Und ja, bleibt einfach am Ball. Schaut bei mir vorbei und empfehlt mich weiter. Vielen Dank, ich bin der Fabian von Hueblog.de und ich wünsche euch frohe Weihnachten.